sind wir im 68er mustang von der alten lady sind wir im 68er mustang von der alten lady funktionieren ich weiß nicht ob man sieht da sieht man sogar die blinkerkontroll leuchten in der haube servolenkung mit einem finger motor läuft seidenweich instrumente funktionieren auch ein schönes bremsen mit dem bremskraftverstalker läuft doch ganz flott so so